Zagreb, Zagreb, ist die Hauptstadt und zugleich größte Stadt Kroatiens. Die Stadt Zagreb selbst hat auch die Funktionen einer Gespannschaft. Die nähere Umgebung der Stadt bildet getrennt von dieser die Gespannschaft Zagreb, deren Verwaltungssitz auch die Stadt Zagreb ist. In Zagreb residieren ein katholischer Erzbischof, die kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste sowie wichtige Verwaltungs- und Militärbehörden. Als Handels- und Finanzzentrum hat die Stadt nationale und regionale Bedeutung. Zagreb hatte 2012 nach einer GAWC-Studie den Status einer Weltstadt der Kategorie Gamma Plus. Die Zagrepper Kathedrale ist Sitz der katholischen Erzdiözese Zagreb. Name der Stadt Der Name Zagreb kommt vermutlich von Zagrabizi-Schöpfen. Anderen Quellen zufolge bedeutet Zagreb hinter dem Berge oder hinter dem Damm. Bevölkerung Zagreb ist die größte kroatische Stadt. Es ist auch die einzige Kroatiens, die mehr als eine Million Einwohner hat. Nach der Volkszählung von 2011 lebten 790.017 Menschen in der Stadt. Im Umland befinden sich äußere Vororte und nahegelegene kleinere Städte wie Dugoselos, Samobor, Velika, Gorika oder Jastrebasko. Die geschätzte Bevölkerung dieses Raums beträgt etwa 1,1 Millionen und 1,2 Millionen bis 1,6 Millionen. Punkt. In der jeweiligen Zeit als Stadt Zagreb definierte Territorium. Die Angaben beziehen sich auf die aktuelle Verwaltungsgliederung. Die Daten der jeweiligen Zählungen wurden auf das jetzige Territorium der Stadt Zagreb heruntergebrochen. Der Name Zagreb wurde zum ersten Mal im Jahre 1094 erwähnt, als der in Personalunion ungarisch-kroatische König Ladeslaus I., die Zagreper Diözese gründete. Die Stadt entwickelte sich aus den beiden Siedlungskernen Kapthul im Osten und Gradek im Westen. Kapthul war die Stadt des Klerus, in der seit dem 11. Jahrhundert der Bischof und die Kanoniker des Zagreper Bistums residierten. In der Oberstadt auf dem westlich benachbarten Bergsporn siedelten sich Kaufleute und Handwerker an. Interessenskonflikte zwischen den beiden Siedlungen führten immer wieder zu Auseinandersetzungen. Im 13. Jahrhundert hatte Südosteuropa unter verheerenden Plünderungen der Tataren zu leiden. Der König von Kroatien und Ungarn, Bela IV, organisierte von Gradek aus die Verteidigung. Aus Dankbarkeit für die Unterstützung verlieh er 1242 den Einwohnern von Gradek, die Bula Aurea, ein Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit. Durch dieses Dokument wurde Gradek zur freien königlichen Stadt. Nun erlebte es seine wirtschaftliche Blüte. Es entstanden Paläste, Kirchen und Befestigungswerke nach mittel- und westeuropäischem Vorbild. 1557 wurde Zagreb erstmals als Kroatins Hauptstadt erwähnt. Die Stadt lag im Hinterland der 1583 zur Abwehr der Türken eingerichteten Militärgrenze. 1669 wurde eine jesuitische Akademie als Vorläufer der dann 1874 gegründeten Universität Zagreb eingerichtet. Später entwickelte sich im Süden der beiden Bergsiedlungen langsam die Unterstadt. Zunächst um den im 17. Jahrhundert angelegten späteren Hauptplatz, den heutigen Banjelesik-Platz. Von 1756 bis 1776 übernahm Varazdin vorübergehend die Rolle als kroatische Hauptstadt. 1850 wurden die zwei Städte Gradek und Kapthol zur Stadt Zagreb vereint und mit der Unterstadt verbunden. Nun setzte in der Unterstadt ein schnelles Wachstum ein. Ein schweres Erdbeben richtete 1880 beträchtlichen Schaden an. Er ermöglichte jedoch auch eine Modernisierung und dynamische Weiterentwicklung der Stadt. Kapthol ist bis heute das Zentrum der katholischen Kirche und des geistlichen Lebens in Kroatien. Gradek, heute Oberstadt genannt, wurde zum politischen und administrativen Zentrum. In der Unterstadt mit ihren vielen prächtigen Gebäuden aus dem späten 19. Jahrhundert pulsiert das wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Leben. Zagreb war zur Zeit des Königreichs Ungarn Sitz des Komitats Zagreb. Am 29. Oktober 1918 beschloss das kroatische Parlament in Zagreb die Aufhebung sämtlicher staatsrechtlicher Beziehungen zwischen Kroatien und der österreichisch-ungarischen Monarchie. Am selben Tag wurde der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben mit Zagreb als Hauptstadt gegründet. Zu Erinnerung daran wurde eine Gasse in der Nähe des St. Markusplatzes in Gornigrad Straße des 29. X. 1918 genannt. Am 1. Dezember vereinigte sich der neue Staat mit dem Königreich Serbien zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien, das später in Königreich Jugoslawien umbenannt wurde. Staatsoberhaupt wurde der serbische König Peter I. Vier Tage später demonstrierten die Einwohner von Zagreb auf der Ilika-Straße gegen die Staatsregierung. Die königliche serbische Gendarmerie erschoss 20 Menschen, die als Dezember-Opfer bekannt wurden. Während des Königreichs Jugoslawien war Zagreb das ökonomische und kulturelle Zentrum und die zweitgrößte Stadt des Landes. In etwa 20 Jahren stieg die Bevölkerung durch die Immigration aus Ammendörfern um den Faktor 2,5 an. Am 15. Mai 1926 wurde die erste Übertragung von Radio Zagreb gesendet. Sie startete mit den Worten Halo, Halo, OVDJT Radio Zagreb. Während des Zweiten Weltkrieges war Zagreb die Hauptstadt des unabhängigen Staats Kroatien, eines Vaisalenstaates der Achsenmächte. Vor dem Weltkrieg lebten in Zagreb ca. 12.000 Juden. Nach dem Krieg waren es nur noch wenige tausend. Heute umfasst die jüdische Gemeinde von Zagreb etwa 2.000 Mitglieder, während es in ganz Kroatien 3.000 Menschen jüdischen Glaubens gibt. Am 8. Mai 1945 marschierten die Tito-Partisanen in Zagreb ein. Kroatien wurde daraufhin als Sozialistische Republik Kroatien in die Föderative Volksrepublik Jugoslawien, die spätere Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, eingegliedert. In den Jahren 1970 und 1971 war Zagreb der Mittelpunkt des Widerstandes gegen die kommunistische Regierung. Es fanden Demonstrationen gegen die Politik der Belgrader Zentralregierung statt. Der kroatische Frühling wurde niedergeschlagen und endete mit Massenverhaftungen. Am 10. September 1976 kollidierten bei Zagreb ein jugoslawisches und ein britisches Flugzeug. Das Unglück forderte 176 Tote, davon 27 Deutsche. 1987 fand in Zagreb die Universiade statt. Die Stadt war Gastgeber des Eurovision Song Contest 1990 im Konzerthaus Vatroslav Lisinski, weil im Jahr davor die kroatische Band Riva Osada mit dem Lüid Rockmi gewann. Am 25. Juni 1991 erklärte das kroatische Parlament die Unabhängigkeit Kroatiens und Zagreb zur Hauptstadt des Landes. Am 7. Oktober 1991 wurde Zagreb im Zuge des Kroatienkrieges von der jugoslawischen Volksarmee angegriffen. Die Stadt war zum Zeitpunkt der Bombardierung überfüllt mit Flüchtlingen aus Ostslavonien und Vukovar. Am darauf folgenden Tag am 8. Oktober 1991 setzte Kroatiens Regierung die nach einer Volksabstimmung erklärte Unabhängigkeit offiziell in Kraft. Am 2. und 3. Mai 1995 schlugen Streubomben in der Innenstadt von Zagreb ein. Der Angriff kostete sieben Menschen das Leben, 214 weitere wurden verletzt. 1994 feierte man Zagrebs 900-jähriges Jubiläum. Papst Johannes Paul II. kam nach Zagreb und feierte eine Messe am 11. September auf der Zagreber Reitbahn mit mehr als einer Million Gläubigen. Geografie Zagreb liegt 122 Metern über dem Meeresspiegel im kontinentalen Bereich Mittelkroatiens am Fuß des nördlich gelegenen Medvednika-Gebirges. Eine Besonderheit der Stadt ist ihre Lage am Schnittpunkt zwischen Mittel- und Südeuropa. Die kroatische Hauptstadt erstreckt sich an beiden Seiten der Safe, dem größten Fluss Sloweniens und Kroatiens. Sie befindet sich im Südwesten der panonischen Tiefebene in einem Gebiet, das auch als Hrvatsko-Prigoye bezeichnet wird. Die Entfernung zum Adriatischen Meer beträgt etwa 170 Kilometer. Klima Politik Zagreb ist die Hauptstadt und der Regierungssitz der Republik Kroatien. In Zagreb tagt auch das kroatische Parlament der Sabor. Bürgermeister von Zagreb ist Milan Bendik. Stärkste Fraktion im Stadtrat ist die Sozialdemokratische Partei Kroatiens. Das Regierungsviertel befindet sich in der Gornigrad der Altstadt von Zagreb. Wirtschaft Im Jahre 2004 wurde ungefähr 30% des kroatischen Bruttosozialprodukts in Zagreb erwirtschaftet. Auch 2011 steuerte Zagreb ein Drittel zum Bruttosozialprodukt bei. Dies macht die Stadt zum wichtigsten Wirtschaftsstandort Kroatiens. Wichtige Wirtschaftszweige in Zagreb sind die Pharmaindustrie, die Elektrotechnik, der Handel und der Tourismus. Im südöstlichen Teil der Stadt liegt das größte Industriegebiet Zitniak. Die kroatische Nationalbank und die einzige kroatische Börse haben ihren Sitz in Zagreb. Viele Unternehmen wie Z.B., der Öl- und Gaskonzern Jina, haben ihren Hauptsitz in Zagreb. Im Westen der Stadt sind an mehreren Standorten der Pharmakonzern Pliwe, der Elektrotechnikkonzern Konkar Group und Ericsson Tesla angesiedelt. Besucher aus den nahegelegenen EU-Nachbarländern entdecken Zagreb zunehmend als günstige Einkaufsstadt. Neben immer größer werdenden Einkaufszentren an der Peripherie im Osten und Westen der Stadt lädt in der Zagreb her Innenstadt besonders die Hauptgeschäftsstraße Ilika mit ihren zahlreichen traditionsreichen Handwerkergeschäften wie z.B. Schustern, Hutmachern, Ledertaschenläden, Küffnern, Boutiquen und Juwelieren zum Einkaufen ein. Die Messe Zagreb ist der bedeutendste Messestandort der Region. In Zagreb hat auch die deutsch-kroatische Industrie- und Handelskammer ihren Sitz. Verkehr und Transport Zagreb wird sowohl im Bereich Straße als auch im Bereich der Eisenbahn als Zwischenstation dem pan-europäischen Verkehrskorridor X zugerechnet. Eisenbahn Zagreb ist ein wichtiger Knotenpunkt im Netz der kroatischen Eisenbahnen. Südlich des Stadtzentrums befindet sich am König-Thomislav-Platz der für den Personenverkehr bedeutsame Hauptbahnhof. Internationale Direktverbindungen im Tagesverkehr werden unter anderem nach Ljubljana, Budapest, Belgrad, Wien und München sowie mit Nachzug von und nach München angeboten. Andere Reiseziele erfordern gegenwärtig das Umsteigen in Villach. Schneller als der Zug sind die IC-Busse von München. Im innerkroatischen Verkehr wird Splitt in sechs Stunden erreicht. Im Schienenpersonennahverkehr werden neben dem Hauptbahnhof auch der westlich des Stadtzentrums gelegene Westbahnhof sowie die südlich der Safe. Liegende Station Zagreb klarer bedient. Südlich der Safe befindet sich zudem ein großer Rangierbahnhof. Straße Zagreb ist durch ein gut ausgebautes Autobahnnetz unter anderem mit den Hafenstädten Rijeka und Splitt und der Region Dalmatien sowie mit der ostkroatischen Region Slavunien verbunden. Darüber hinaus auch mit Slowenien und Ungarn. Zagreb besitzt einen internationalen Verkehrsflughafen, gelegen etwa 20 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums auf dem Gebiet der Ortschaft Plesow. Der IATA-Flughafen-Code ist ZAG. ÖPNV und Fernbusse der ÖPNV der Stadt wird im Wesentlichen vom kommunalen Verkehrsunternehmen Zagreb-Hacki-Elektrisni-Tramvay durchgeführt. ZTT betreibt die Straßenbahn Zagreb sowie den örtlichen Stadtbusverkehr. Darüber hinaus existiert in Zagreb außerdem eine Standseilbahn. Früher verkehrte außerdem noch eine Gondelbahn auf den Siljeme. Südöstlich des Stadtzentrums befindet sich der Busbahnhof an der Avenia Marina Drika. Von hier werden nahezu alle Landesteile Kroatiens sowie zahlreiche Städte Europas regelmäßig angefahren. Die IZI-Busse von München sind nahezu zwei Stunden schneller als die direkte Zugverbindung. Wissenschaft und Forschung Höchste wissenschaftliche Einrichtung in Kroatien ist die Kroatische Akademie der Wissenschaften. Die Universität Zagreb wurde am 23. September 1669 gegründet und ist eine der ältesten Universitäten in Ost-Mitteleuropa. Die Gebäude der Fakultäten befinden sich in mehreren Stadtteilen. Die zur Universität Zagreb gehörende Universitätsbibliothek Zagreb liegt seit 1995 in einem Stadtteil außerhalb des Zentrums. Die Kunstakademie Zagreb und die Musikakademie Zagreb genießen internationalen Ruf. Weitere Hochschulen sind die Gesundheitshochschule in Zagreb, die Sozialwissenschaftliche Fachhochschule in Zagreb und die Technische Fachhochschule in Zagreb. Das im Jahr 1950 gegründete Ruder-Boskovic-Institut ist das größte interdisziplinäre Institut Kroatiens und beschäftigte im Jahr 2005 insgesamt 200 Wissenschaftler, Medien, Eine Auswahl der in Zagreb erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften Vegenilist-Tageszeitung Jotangilist-Tageszeitung 24 Sata-Tageszeitung National-Wochenzeitung Denefnik-Wirtschaftszeitung Im 19. und 20. Jahrhundert erschienen auch zwei deutschsprachige Tageszeitungen für Zagreb, das Agrama-Tagblatt und die Agrama-Zeitung. Sehenswürdigkeiten Kapthol der Bezirk auf einem Bergsporn um die Kathedrale bildete sich mit der Gründung des Zagrepper-Bistums im 11. Jahrhundert. Hier residierte nicht nur der Bischof, sondern nach Norden erstreckten sich zu beiden Seiten der Hauptstraße die geräumigen Hofe der Domherren. Außerhalb im Süden und Norden siedelten sich Bedienstete und Handwerker an und bildeten mit der Zeit zwei Vorstädte. Die Kernanlage wurde im 15. Jahrhundert mit einer noch ablesbaren Mauer versehen. Die Kathedrale von Zagreb Das Wahrzeichen der Stadt ist die im 13. Jahrhundert neu errichtete und später veränderte Kathedrale. Um 1510 wurde sie mit einer wuchtigen Artilleriebefestigung mit Ekondellen umgeben. Auf ihrem Vorplatz, der heute den Namen des Käptels trägt, befindet sich der Madonnenbrunnen mit vier goldenen Engeln und einer Säule, auf der eine goldene Marienstatue thront. Die Kirche des heiligen Franz Die Kirche des im 13. Jahrhundert gegründeten Franziskanerklosters besticht durch viele schöne Buntglasfenster. Sie wurde um 1900 aufwendig renoviert. Im Kloster nebenan findet man die Kapelle Sveti-Franjo, die Marienkirche. Die Kirche entstand als Sakralbau eines Zisterzienserklosters. Sie ist mit barocken Altären ausgestattet. Ansonsten vermischen sich barocke und gotische Stilelemente. Sie befindet sich an der Westseite des Dolak-Markts. Der Erzbischofspalast Der Bischofspalast zieht sich dreiseitig um die Kathedrale Sveti-Tjepana. Die ehemaligen Kurien der Domherren säumen die Hauptstraße. Der Gemüse- oder Grünmarkt Auf dem zentralen und größten Markt der Stadt Zagreb werden seit 1926 Käse, Obst, Gemüse sowie Fleisch, Wurst und Backwaren angeboten. Vom Banjelessigplatz kommend erreicht man ihn über Treppenstufen entlang des Blumenmarktes. Der Banjelessigplatz Dieser zentrale Platz zwischen Ober- und Unterstadt entstand erst im 17. Jahrhundert als neuer Marktplatz. Er wurde im 19. Jahrhundert nach Josef Jelessig von Buzim benannt. Er war ein Feldherr und Bahn von Kroatien, außerdem K. und K. Feldzeugmeister und Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens und gilt als kroatischer Nationalheld. Dieser zentrale Platz wurde von Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1991 also vor der Unabhängigkeit Kroatiens Platz der Republik genannt. Wegen der zentralen Lage dient der Platz häufig als Ausgangspunkt für Besichtigungen und Ausflüge. Der Banjelessigplatz ist eine große Fußgängerzone, in der nur Straßenbahn, Bus und Taxi eine Fahrerlaubnis haben. Hier befindet sich auch das Geschäfts- und Bankenzentrum der Stadt. Von der westlich an den Platz anschließenden Fußgängerzone Ilika ist die Standseilbahn zu erreichen, die Ober- und Unterstadt verbindet. Gornigrad, die westlich des Kathedralberges im 13. Jahrhundert auf älteren Siedlungsplätzen planmäßig angelegte Oberstadt, zeichnet sich durch eine geschlossene historische Bebauung aus, die heute besonders durch die Architektur des Barock und des Historismus geprägt wird. Die im 13. Jahrhundert angelegte Stadtmauer mit ihren vier Toren ist in ihrem Verlauf noch gut ablesbar. Eindrucksvolle Adelspalais wechseln mit kleineren eingeschossigen Anwiesen der Bürger, Handwerker und Kaufleute ab. Die St. Markuskirche ist die alte Pfarrkirche von Gornigrad und wurde vermutlich zuerst im 13. Jahrhundert angelegt. Der heutige Bau entstand im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts als dreischiffige Hallenkirche. 1866 und 1882 wurde die Kirche grundlegend erneuert. Der Wappen stammt aus dem Jahr 1880. Es besticht durch ein einzigartiges Dachziegelbild in Form zweier Wappen. Links befindet sich das Wappen Kroatiens, Dalmatiens und Slavoniens, rechts das Stadt Wappen. Im Innern des Gebäudes kann man Bildhauerkunst betrachten. Vieles davon entstammt vom bekannten kroatischen Bildhauer Ivan Mestrovic. Der Banalhof Einst diente es als Sitz des Vizekönigs in Kroatien. Der im 17. Jahrhundert entstandene Bahnpalast dient heute als Regierungssitz. Das Parlamentsgebäude Das kroatische Parlamentsgebäude wurde 1908 erbaut und liegt gegenüber dem Bahnpalast am Markusplatz, auf dem die Markuskirche steht. In diesem ehemaligen Palast residierten früh einmal die kroatischen Bahne. Der Lodčak-Turm Der Turm stammt aus dem 13. Jahrhundert und steht in direkter Nähe zur Bergstation der Drahtseilbahn. Täglich um 12 Uhr wird hier ein Kanonenschuss abgefeuert. Unterhalb des Turmes befördert die Zahnradbahn Fahrgäste von der Oberstadt in die Unterstadt und umgekehrt. Das Steinernetor Von der ehemaligen Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert ist nur noch das Steinernetor übrig geblieben. Einst führten fünf Stadttore in Gornigrad hinein. Ein Brand zerstörte 1731 einen Großteil der Nachbarhäuser, wobei nur ein Bild der Maria mit Jesuskind am Tor der Legende nach unbeschädigt blieb. Daraufhin wurde das Steinernetor zu einer kleinen Kapelle umgebaut, die bis heute als Gebetstätte für Gläubige dient. Das Zagreper Stadtmuseum, Musjegradar Zagrepe, aus dem ehemaligen Nonnkloster der Heiligen Klara, einem ehemaligen Kornspeicher und einem Turm aus dem 12. Jahrhundert, entstand das Stadtmuseum am nördlichen Rand des Stadtteiles Gradik. In diesem Museum werden U.A. Karten, Stadtansichten, Wappen, Uniformen und Gemälde ausgestellt. Donjigrad, die Unterstadt entstand vor allem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die Besiedlung Zagreps in die Ebene nach Süden ausdehnte. Das sehenswerte Areal zeichnet sich durch eine große Anzahl von qualitätvollen und gut erhaltenen Bauten des Historismus und des Jugendstils aus und besitzt auch einige bemerkenswerte Projekte der architektonischen Moderne. Das grüne Hufeisen. Es wurde von dem Architekten Milan Lenucci unter Verwendung älter Strukturen ab etwa 1870 geschaffen und verbindet Plätze und Grünlagen des städtischen Zentrums zu einer eindrucksvollen Gesamtfigur. Hier befinden sich wie in der Wiener Ringstraße repräsentative öffentliche Gebäude vor allem im Stil des Historismus. Das kroatische National Theater in Zagreb. Es ist der westliche Kopf des grünen Zagrepper Hufeisens. Das Bauwerk wurde von den Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer entworfen und 1895 vollendet. Das Archäologische Museum. Es zeigt hauptsächlich Gegenstände aus Kroatien. Es liegt am Ende des grünen Hufeisens. Besonders wertvoll sind die ägyptischen und numismatischen Stücke. Im Museum befindet sich eine ägyptische Mumie und der weltweit längste erhaltene Text in etruskischer Sprache. Des Weiteren ist noch eine Sammlung griechischer Vasen erwähnenswert. Der 1898 eröffnete Kunstpavillon ist eine internationale Kunst- und Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst. Das Volkskundemuseum. Es wird das kroatische Kunsthandwerk ausgestellt. Es liegt am linken Schenkel des grünen Hufeisens. Das Mimara-Museum. Das Mimara-Museum zeigt die Geschenke des Unternehmers und Restaurators Ante Topic Mimara und seiner Gattin. Hervorstechend sind die archäologische Abteilung eine Skulpturensammlung und etliche Gemälde. Der Botanische Garten. Er liegt in der Verbindung zwischen den beiden Schenkeln des grünen Sagreper-Hufeisens und ist von November bis April geschlossen. Der Park ist etwa 50.000 Quadratmeter groß. Rund 10.000 Pflanzenarten gedeihen hier, darunter etwa 1.800 exotische Gewächse aus der ganzen Welt, hauptsächlich jedoch aus Asien. Auf schön angelegten Pfaden kann man zwischen Nadelhölzern, künstlichen Gewässern, Pavillons und Gewächshäusern der Universität flanieren und die vielgestaltete Schönheit der Bäume, Sträucher, Blumen sowie der in speziellen Teichen gezogenen Wasserpflanzen genießen. Im Jahre 2000 ist der Park General saniert worden, da einige der Gehölze mit Ungeziefer befallen waren. Außerhalb des Stadtzentrums befindet sich der Mirogui-Friedhof. Ab Kapthol fährt eine Buslinie zu dem etwa vier Kilometer entfernten Friedhof am Fuße des Medvednika-Gebirges. Außer den Gräbern bedeutender Koaten sind die beiden Arkaden baulich hervorstechende Erscheinungen. Parks in Zagreb das Denkmal von König Tomislav. Im Jahr 925 wurde Tomislav in Tomislavgrad zum ersten König von Kroatien gekrönt. Zu seinen Ehren steht ein Reiterstandbild am Tomislav TRG in einem kleinen Park in der unmittelbaren Nähe des Zagreb-Hauptbahnhofes. Zetrinski-Platz Das Ende des Zagreb-Hufeisens ist der Park mit einem Pavillon in der Parkmitte und liegt an der Praska-Straße. Der Pavillon wird im Sommer für künstlerische Veranstaltungen genutzt. Am Nordende des Parks befindet sich eine Wetterstation. Am Südeingang findet man mehrere Büsten historisch bedeutender Persönlichkeiten. Maximil Park Diese im Jahre 1794 geschaffene Parkanlage ist die größte Südeuropas und beherbergt auch den Zoologischen Garten von Zagreb-Eichenwälder. Idyllische Seen und Wiesen Der Park liegt im Osten der Stadt. Andere Sehenswürdigkeiten Ein Museum für zeitgenössische Kunst Das Importane Center ist ein großes Einkaufszentrum im Herzen der Stadt. Es erstreckt sich über eine Fläche von 10.000 Quadratmeter. Mit 92 Meter ist der Chibona Tower eines der höchsten Gebäude der Stadt. Das Regent Esplanade ist eines der legendären Bauwerke in Zagreb und hat bei den Bewohnern der Stadt beinahe denselben Stellenwert wie der Dom oder das Nationaltheater. 1925 wurde Zagreb durch das Hotel zu einer wichtigen Station des Orient Express. Berühmte Persönlichkeiten wie Charles Lindbergh, Josefine Baker oder Elisabeth Taylor waren hier schon zu Gast. Nach einer längeren Renovierung wurde es 2004 wieder eröffnet. Fernsehturm Zagreb Der Juro Tower ist mit 97,8 Meter das höchste Hochhaus der Stadt. In unmittelbarer Nähe der Stadt liegt das Bergland von Zagreb, die Medvednika. Die Medvednika ist ein bewaldetes Gebirge, die höchste Erhebung ist diese Jeme. Zwischen Stadtrand und Gipfel verkehrt eine Seilbahn. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört die Veternika-Höhle, in der prähistorische Lebensspuren gefunden wurden und die mittelalterliche Burg Medvedgrad. Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen Dokumentarfilmfestival Zagreb Docs Internationales Theaterfestival des Neuen Theaters Eurocarts Zagreb Filmfestival Jüdisches Filmfestival Zagreb Zagreb Pride Karma Musik Festival Zagreb Haki Meduna Rodney Festival Organisationen In Zagreb hat das Filmstudio Zagreb Film seinen Sitz. Es produzierte seit 1953 mehr als 600 Animationsfilme. Gewann über 400 internationale Preise und begründete durch seinen einzigartigen Stil die Zagrepper Schule. Zagreb Zagreb Servis Zagreb